ja hallo leute heute mit dem thema was bestelle ich in einer griechischen taverne oder halt in einem griechischen restaurant da bestelle ich meistens gyros das ist geröstetes oder oder gebratenes schweinefleisch ja mit einem bestimmten gewürz dazu zwiebeln ja krautsalat und pommes und mayo und danach nach so einem herrlichen gyros gönne ich mir am meisten am liebsten in einer griechischen taverne dann einen eiskalten uso eiskalter uso das ist ein griechischer schnaps geschrieben o u z o ist sehr sehr lecker nach so einem guten gericht ja das wollte ich euch sagen was ich in einer griechischen taverne zu mir nehme danke für die aufmerksamkeit